Die Weinhandlung Morscher ist für mich mein grösstes Hobby in den letzten fünf Jahren. Der erste Blick war die Landschaft, wo wir hergefahren sind, natürlich die Freundlichkeit der Leute. Besonderlich macht es uns, dass wir kleine Winzer haben, familiäre Winzer haben, wo sonst, wenn man in den Urlaub ins Biomont geht, mir auch so kleine Winzer zu bekommen. Wir haben uns da vor sieben Jahren ungefähr in den Biomont verliebt und sind sich da fast jedes Jahr drei bis viermal hundern gewesen. Jetzt, wo man nicht wo irgendwie gegangen ist, haben wir als Autopark zu runtergefahren und so haben wir die Leidenschaft zum Biomontesisch entwickelt. Wir bieten Verköstigung an bis zu zehn Personen. Da kann man verschiedenste Weine, italienische Antipasti probieren, natürlich für Kenner und auch Nicht-Kenner. Da büßt sich jeder herzlich willkommen. Ich bin der Philipp Morscher, der Inhaber von der Weinhandlung Morscher in Rötis. Wir sind eine kleine Weinhandlung mitten im Ortszentrum von Rötis im Oberdorf. Und unser Schwerpunkt sind Weine aus Italien, genau gesehen aus dem Biomont.